Die Schauberer, Prinzessinnen und fantastische Kreaturen bewohnen die ätherischen Räume der Märchen. Viele von ihnen sind durch die Werke der Gebrüder Grimm in unsere Vorstellungswelt gelangt. Jakob und Wilhelm Grimm wurden in den 1780er Jahren in Hanau, Deutschland, geboren. Die Brüder zeigten früh Interesse am Lernen und besuchten die Universität Marburg, um Juristen zu werden. Angeregt durch den Romantiker Ludwig Thieg, der die Gelehrten dazu aufforderte, das kulturelle Erbe ihrer Heimat zu studieren, studierten die Brüder alte deutsche Manuskripte und dokumentierten Hunderte von Volksmärchen aus ganz Europa. Die meisten Märchen wurden jedoch nicht in Büchern niedergeschrieben. Sie hatten jahrtausendelang überlebt, indem sie von Generation zu Generation weitergegeben wurden. Die Grimms sammelten Hunderte von Geschichten, die von den Dorfbewohnern nur mündlich weitergegeben wurden. Im Jahr 1812 veröffentlichten die Brüder die erste Zusammenstellung ihres Werks. Der zweite Band wurde drei Jahre später veröffentlicht. Zu diesen Büchern gehören klassische Geschichten wie Rotkäppchen, Schneewittchen, Hänsel und Gretel und Aschenputtel. Das ursprüngliche Ziel des Bruders war es, das deutsche Erbe zu bewahren und dabei den Quellen treu zu bleiben. Als ihr Werk jedoch populär wurde, bearbeiteten sie die Volksmärchen und strichen Aspekte, die der viktorianischen Moral nicht entsprachen. Mütter wurden zu Stiefmüttern und sie entfernten Anspielungen auf Sexualität und Gewalt, um ein breites Publikum anzusprechen, auch Kinder. Die gedruckten Versionen der Grimmschen Volksmärchen trugen dazu bei, die Kunst des Erzählens wieder zu beleben. Bis heute hören Tausende von Kindern jeden Abend vor dem Schlafengehen die Grimmschen Märchen.